Und wieder sechs Jahre früher. Conroy. Ich brauche seinen Gaskanne. Dafür ist auch die Gasscherbe da. Und die ist nicht für den ersten Kill, den man hier nicht machen soll. Den sollte man umbringen, denn der wird euch angreifen, sobald er die Gaskanne nimmt. Und diese, sowas kennen wir doch aus Manhunt 1. Mit dem... Würdest du sie dann bitte nehmen? Leo, hallo. Nimm sie doch. Ah, so nimmt er sie. Passt. Und das ist cool an der Gaskanne. Wir können Umgebungsfall machen. Und hier hätten wir schon mal den ersten Cop, der hier reinkrapschen wird. Da gehen, dort, da. So, wenn du so mit mir spielen willst, dann zünde ich dich halt hier an. Ja, und das ist cool an der Gasolern. Nicht erschrecken, da kommen jetzt Raben raus. So kann man den Typen am schnellsten auseinandernehmen. Und hier machen die meisten Leute einen Fehler. Ich werde jetzt so groß koschert reden, werde dann sicher wieder fehlen, so wie jedes Mal. Aber da gibt es eine einfache Methode, wie man das schaffen kann. Viele Leute rennen erstmal ohne den Gaskanister hierher, um rauszufinden, was sie tun müssen. Und das haben wir jetzt schon mit dem, das ist Punkt Nummer 1, wo die ersten Leute den Fehler machen. Das ist ein Feuerdriller, oder? Vielleicht müssen wir ihnen die richtige Sache geben. Das hat sich total verändert. Das hat sich total verändert. Das hat sich total verändert. Irgendwie. Jetzt brennt es hier. Da hinten ist eine Säge. Ja komm schon. Das hat sich total verändert. So, hab ich viele Säge hoppen. Diesen Knopf, man kann ihn zwar drücken, er, seht ihr, er macht sich bereit, aber drück den bitte nicht, weil dann ist die Mission fair geschlagen, wir müssen den hier drücken, dass die Tür nämlich aufgeht. Ja, in dieser Map kann man gut Stealth killen von der Luft aus. Ah, jetzt ist er reingegangen. Mmh, Glasflasche. Komm doch her und sterbe eines verflucht schmerzhaften Todes. Komm doch her und sterbe eines Verflucht schmerzhaften Todes. Oh, du bist cool mit deinem Schnauzbad, gell? Mann! 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 Wie ist er weggegangen? Kein Weg zu gehen! Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Ah, f*** ich. Hier geht's! Das ist es! In der Luft. Thin fucking Luft. Ich kann nicht warten, ich will dich runter. Bei der Säge läuft's schlussendlich immer auch selber heraus, und zwar, dass man den Leuten den Kopf absägt. Hier hätten wir was zum Verstecken. Nein, wir müssen hier so ran. So, viele Leute machen immer... So, viele Leute machen immer den Fehler, sie wollen diesen Kanister nehmen. Gehen dann immer zu dieser Tür hin und merken, dass sie abgeschlossen ist. Ja. Dann überlegen sie ziemlich lange, wie sie den Kanister hier hinein bekommen. Vielleicht mit rüberspringen über dem Truck. Nein, geht nicht. Leo kann nichts machen, wenn er eine Kanister trägt. Er kann nicht mal Stealth killen. Also, was machen wir? Wir stellen ihn ab. Ja, auch wenn man nach der Tür klopft, kommt er nicht. Und... dass wir dann nicht so weit gehen müssen, stellen wir dieses Teil genau hier ab. und machen die selbe Prozedur, wie... was wir mit dem Kanister machen wollten. Wir klettern über den Truck. Ach, warte, ist mal ein kurzer Schnitt. So, weiter geht's. Du bist wieder der kleine Gangster, oder was? Was? Let's do this right now. Ja, aber ich will den... die Brechstange haben. Jetzt habe ich euch alle Exekutionen gezeigt mit dem Teil hier. Ja, hier. Aber hier kommen wir noch nicht durch, weil wir noch nicht die Brechstange haben, die wir dazu benötigen. Ich will den nämlich zum Stromkasten hinlocken. Ich will den Menschen, wenn ich das hier nicht hinbekommen soll. Ich will den Schein. Ich will den Geist. Ich will den Geist. Ich warte, jetzt. Ich will den Geist. Das ist so, ich will den Geist. Was ist das nicht weg? Ich will den Geist. Das war's für heute. Oh, du bist schon wieder so ein komischer Typ mit Bart. Und willst du wieder cool sein, oder was? Der letzte Typ, der so ausgesehen hat wie du, hat mich zwar gefunden ist, aber dann trotzdem gestorben. Ich fahre glücklich. Wir müssen nämlich hier rennen. Find Dennis Files and Leo's Files. Daniel Lamb. Und wie immer habe ich auch hier wieder mal ein kleines Problem, und zwar viele Leute machen denselben Fehler immer wieder. Sie versuchen hier reinzukommen. Aber sie schaffen es nicht. Sie rennen durch das ganze Areal. Ja, so sind sie wenigstens dann gewappnet und wissen was hier kommt. Aber anstatt, dass sie mal auf Kisten raufklettern, die was eh gleich am Anfang sind, und hier reingehen und sich die Brechstange schnappen, daran denken sie nicht. Na ja. So. Wir werden jetzt hier mal erstmal die Dinger aufmachen. Ah, ich glaube jetzt passiert noch nichts. Da machen wir erstmal die Dinger auf. Das ist viel besser als wieder nach dann. Es passiert erst was, wenn wir das anzünden. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen, wenn wir das anzünden. Nope, hier können wir das nicht aufmachen. Und ja, zum zweiten gibt es zwei Wege. Ja, okay. Da war ich ein bisschen zu feuerlich. So, hier ist nämlich auch die zweite Gasoline. Und hier hätten wir anderes Zeug, das sonst keiner braucht. Aber ich mach die immer so gerne auf. War ich schon wieder ein bisschen feuerlich. Die zweiten, die meisten Leute suchen auch diesen Kanister meistens. Obwohl er eh auf der Minimap angezeigt wird. Also da denke ich mir immer, wozu hat Rockstar die Minimap eingebaut. Wenn ihr schon nicht auf die Minimap schaut, dann spielt doch wenigstens auf Hardcore. Wow. Bei mir wäre es halt auch Wahnsinn. Also insane, aber... So, alle aufgemacht. Es gibt zwei Wege zu Dennis, äh, Blätter. Zu seinen Achsen. Dann... Erstes mal den, den von außen. Hier hätten wir die Akten. Ja, wir müssen eine Gasoline finden. Und es gibt noch einen anderen Weg hier hinein. Ach man, du warst doch schon so weit. Schon wieder ein Rollstuhl. Ich zeige ihn euch gleich. Ich vermute mal, da sollen immer so Anspielungen aufs Seil hin sein. Ja, und... Ja genau, hier gibt es zwei Wege. Entweder ihr geht mit der Brechstange hier raus. Oder ihr klettert hier unten durch. Und seid dann hier. Auf der anderen Seite. Ja, da wären wir fertig. Ja, ich werde das Ding noch nicht anzünden. Ich werde es nur mal reingeben, dass ich da nicht hier nicht rauslaufen muss. Das ist auch so ein kleiner Trick. Könnt ihr dann auch anwenden bei euch. Das ist ja nur ein Lenken Let's Play, dass ich euch das Spiel zeige. Und halt die bestmöglichen Wege. Bei Shootern, ja. Oder so eintönigen Levels. Kann man wohl schwer irgendwas machen. So. Ne, wir werden das jetzt hier abstellen. Na, es gibt manche Leute, die passen im Tutorial nicht auf und wissen dann nicht, was sie tun müssen. Solche Leute gibt es leider auch. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich glaube, die Hälfte vom Video mache ich nur die Türen auf. Ja, aber das ist so. Das ist... Es hat seine Gründe. Ich würde euch empfehlen, ich brauche es nicht aufmachen. Denn ich kenne die bestmöglichen Tricks, wo man sich verstecken kann. Aber für Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, sollten die Türen möglichst aufmachen, damit sie viel Bewegungsfreiheit haben. Um sich dann schnell zu verstecken können. Denn ja, ihr habt es richtig verstanden. Es kommen danach Gegner. Ja, okay, halt die Fresse. Ja, jetzt können wir hier... Das Teil aufmachen. Um die Gasol... Um das Benzin zu holen. Fuel. Bip, 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 bip. Der Stromkasten. Ein PC. Und ein Drucker. Komisch, dass kein Kabel zueinander führt. So kann man am PC nichts ausdrucken. Naja, ist ja auch egal. Wir wollen ja nichts ausdrucken. Wir wollen jetzt mein Hand spielen. Bip, bip, bip. Ja... Wir zerstellen jetzt die Akten von Leo. Also von dem Typen, den wir jetzt spielen. Der ist der Grazkopf mit der Brille. Oh, die Mafia ist gekommen. Oh, die Mafia ist gekommen. Wollt. Der ist dann hier. Ich bin so thirsty. ja ich habe auch den gegnern aber viel freiheit verschafft ich dort ist meistens länger bis sie da sind so das war der eine es ist noch einer da Oh, jeez, dieser Mann kann gehen! Ich denke mal, du bist ein Patsy und ein großer Konspiratist, oder? Das waren alle. Streich Nummer 2. Jetzt lassen wir die Vergangenheit von Daniels. Daniel Lamb Oh, ja, Kapitel abgeschlossen, cool. Hunters killed, Hunters execution, Environment executions, äh, getötete, Entschuldigung, getötete Jäger 14, exekutierte Jäger 14, und Umgebungsexekutionen 3. 24 Minuten, fast 25, ich hab fast die 25 Minuten gebraucht. Hätte ich bei der einen Exekution noch gewartet, hätte ich sie gekriegt. Ähm, ja, ich sage, wie immer, danke fürs Zusehen und viel Spaß beim nächsten Part. Bis gleich, Freunde!